Guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie in der neuen Börsenwoche mit einer weiteren Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief, heute also am Montag, dem 25. Juli. Die jüngste Börsenwoche endete mit weitgehend positiven Vorzeichen. Es gab ein paar negative Ausreißer sozusagen, der Dow Jones beispielsweise mit minus 0,34% und dies obwohl der S&P 500 und noch mehr der Nasdaq-Index zulegen konnten. Der S&P 500 allerdings nur minimal mit 0,09%, aber immerhin er war auf der Gewinnerseite zum Handelsende, der Nasdaq gewann 0,86%. Ebenfalls negativ herausragte der FTSE MIB-Index, also Italien mit 0,15% auf der Verliererseite und der SMI in der Schweiz mit 0,17% Minus. Was machte der DAX? Er konnte zulegen am Freitag nämlich um etwa ein halbes Prozent auf 7.326 Punkte und er befindet sich damit weitgehend oder immer noch sehr bequem innerhalb seiner Trading Range. Ja, die Reaktion der Märkte auf die Einigung bezüglich Griechenland ist unter dem Strich eher etwas verhalten. Allerdings ist ja im Vorfeld auch schon etwas vorweggenommen worden. Das sollte man natürlich dann auch irgendwo im Kontext sehen. Das Manöver ist ja insgesamt ein wenig unübersichtlich mit vielen Zahlen, mit vielen Aspekten. Sie können es ja in der Presse sich mal zu Gemüte führen. Ein finaler Befreiungsschlag liegt in den Maßnahmen zunächst eher nicht, aber es schafft natürlich schon einen weiteren Schritt, sagen wir mal, der letztlich auch wohl als Schritt zu sehen ist, auf dem Weg in eine Transferunion. Wir Deutschen können darüber schimpfen, wie wir wollen, wenn der Euro gerettet werden soll als Projekt, als gemeinsames Projekt, kann man sagen. Dann dürfte es letztlich auf eine solche Transferunion hinauslaufen. Hauptzahler wäre natürlich Deutschland möglicherweise nicht direkt, aber über den Hilfsfonds dann letztlich schon. Darüber kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, es wird politisch schwierig sein, das letztlich zu verkaufen, wenn die Öffentlichkeit dies doch etwas mehr zur Kenntnis nimmt und was dann als Mechanismus abläuft. Und die Frage ist natürlich auch, macht das griechische Modell Schule und wird möglicherweise auch Portugal und Irland ein Fall für eine ähnlich gelagerte Rettungsaktion werden? Eine wichtige Herausforderung für Griechenland ist natürlich auch die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist eigentlich ein Schlüsselelement der Rettung. Und hier sollte es eben weitere Maßnahmen, weitere Ansätze geben. Griechenland sollte als Investitionsstandort einfach interessanter werden. Und ob die Politik den Mut hat und auch die Kraft und die Fantasie auch hat, die Flexibilität hat, hier entsprechende Weichenstellungen zu setzen, ist im Moment eher unklar. Die Ratingagentur Moody's stufte die Kreditwürdigkeit von Griechenland auch herunter um drei Bewertungsstufen zurück auf CA. Damit ist Griechenland auf dem zweitschlechtesten Bewertungsniveau von Moody's gelandet. Allerdings ist das keine ganz große Sensation. Es wird ja wahrscheinlich im Laufe dieses Verfahrens auch für zumindest wohl einige Tage ein Default oder ein Selective Default geben. Das ist im Prinzip auch mehr oder eingepreist an den Märkten. Ich glaube, die Banken hatten genügend Zeit, sich darauf einzustellen. Und was man generell auch sagen kann, etwas ganz Wichtiges in dieser Entwicklung ist, dass sich die Chancen doch deutlich verbessert haben, dass bei der näheren Rettung jedenfalls hier der Geldmarkt weiterhin funktionsfähig bleibt. Das heißt, die Finanzierung oder eine wichtige Finanzierungsquelle für die europäische Bankenszene bleibt weiterhin funktionsfähig. Das darf man mal unterstellen. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium auch für die Stabilität der Finanzmärkte in der näheren Zeit. In den USA geht der Schuldenpoker weiter. Eine Einigung ist immer noch nicht gefunden worden zwischen Demokraten und den Republikanern. Jetzt wird es langsam knapp. Und es ist eigentlich etwas unverantwortlich, wie die Politik hier mit den Kapitalmärkten umgeht. Man spielt eigentlich schon mit einem gefährlichen Feuer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch hoch, dass man doch noch einen irgendwie gearteten Deal finden wird. Möglicherweise wirklich last, last minute. Aber doch ein Deal, der es vermeiden hilft, dass die USA in einen technischen Default hineinrutschen für kurze Zeit. Also das ist immer noch das wahrscheinlichste Szenarium. Allerdings dürfte die Nervosität natürlich in den nächsten Tagen immer mehr zunehmen, wie die politischen Entscheidungen in Washington dann letztlich getroffen werden. Bleiben wir kurz in den USA. Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Per letzten Samstag waren es etwa 148 Unternehmen aus dem S&P 500, die ihre Zahlen schon vorgelegt haben. 108 der Unternehmen konnten dabei beim operativen Ergebnis positiv überraschen. Also eine gute Quote eigentlich. Besonders positiv war die Ausgangslage im Bereich der Technologie. Auch im DAX stehen viele Zahlen, viele Berichte an. Allein für diese Woche waren 12 oder sind 12 bei 12 der 30 DAX-Unternehmen Zahlen anberaumt, anvisiert. Es dürfte also in den nächsten Tagen eine Menge Impulse geben, auch durchaus kursbewegende Impulse. Bleiben Sie also hier bitte auch mit diesem Ticker hier täglich am Ball. Heute wurde berichtet über Zahlen von Dialog Semiconductor. Und zwar geht es um die Zahlen für das zweite Quartal. Dialog Semiconductor konnte den Umsatz um 70% hochfahren oder fast 70% hochfahren auf 116 Millionen Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie verbesserte man sich um etwa ein Viertel auf 24 Cent. Die Aktie ist auch heute freundlich und sieht auch charttechnisch deutlich verbessert aus, nachdem sie ja in den letzten Monaten eigentlich recht behäbig gelaufen war. Weitere Aktie, auf die wir kurz schauen wollen, ist Atos Software. Auch bei Atos lief es ganz ordentlich, kann man sagen. Beim Umsatz verbesserte man sich um 10% auf 15,8 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis ging es um 13% hoch, also leicht überproportional auf 3,9 Millionen Euro. Das ergibt eine operative Marge von etwa einem Viertel und damit einem ganz ordentlichen Wert. Die Aktie in den letzten Monaten eher etwas undynamisch, etwas träger. Aber wenn der Ausbruch über 17,50 mal gelingt, dann könnte auch hier wieder mehr Musik, mehr Dynamik ins Spiel kommen. Damit sind wir beim Terminkalender gelandet. Die neue Woche beginnt eher ruhig, was Konjunkturnachrichten angeht. Am Nachmittag unserer Zeit, 14.30 Uhr, dürfte es die Information geben, Chicago Fed National Activity Index, Juni. Aber das ist nicht so eine ganz entscheidende Größe. Das heißt, die Wirkung auf den Markt dürfte auch eher klein ausfallen, wenn überhaupt. Damit sind wir abschließend beim Fazit und bei der Strategie. Bitte unterscheiden Sie in diesem Umfeld zwischen Tagesstimmung und dem, was sich daraus konkret für Ihr Depot ableitet, also den größeren Trend. Mitunter läuft das nicht ganz parallel und die Stimmung läuft schon mal sehr vor oder bleibt auch sehr zurück. Lassen Sie sich davon nicht zu sehr ans Boxhorn jagen. Gehen Sie mit einer guten Portion Ruhe in diese Börsenwoche hinein. Der DAX befindet sich immer noch ganz bequem in seiner Trading Range. Das heißt, akuter eiliger Handlungsbedarf im Besuch auf den Index ergibt sich eigentlich nicht. Achten Sie auf die Einzel-Stories, auf die Einzelwerte. Es dürfte jetzt viele Impulse, viele Signale geben. Und das ist natürlich schon dann auch ein Umfeld, wo sich die eine oder andere interessante Chance herauskristallisieren könnte. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Börsentag. Ihr Walter Tissen. Vielen Dank. Vielen Dank.